Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieltipps für Gamer. In diesem Video machen wir alle Tiere, Zoologe und unter die Haut fahren und warum das Video so klein ist, ganz einfach, es gibt auch nur drei Tiere pro Video, denn ich möchte nicht, dass jemand ein Video, das eine Stunde dauert, anguckt und daran verzweifelt. Zweiter Punkt, wenn du zum Beispiel nur ein Tier suchst, wie zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, ein Alligator, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn du ein Tier nur suchst, dann suchst du nur dieses eine Tier und nicht 10.000, 100.000 von Tieren, deswegen nur drei Tiere pro Video, schau dich einfach in der Playlist um, dort sind alle Videos und am Ende wirst du alle Tiere haben. Noch ein psychologischer Tipp, mach pro Tag nicht mehr als drei bis sechs Tiere, damit du keinen Abfuck bekommst und dann wirst du es auch wirklich durchziehen und am Ende kannst du stolz sagen, ey, ich habe diese beiden Erfolge, an denen die meisten Leute gescheitert sind, weil das einfach zu lange dauert. Ja und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den drei Locations, viel Erfolg, fang die Tiere und halte durch. Great bookstineser Tipps Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.